Pouvoir constituant ist ein aus dem Französischen entlehnter staatsrechtlicher und politikwissenschaftlicher Fachbegriff, er bedeutet verfassungsgebende oder verfassungsgebende Gewalt, Begriffsgeschichte. Die Unterscheidung von Pouvoir constituant und Pouvoir constituant wurde von dem Staatsmann Abbesi als durch sein 1789 zu Beginn der französischen Revolution erschienenes politisches Pamphlet Quest C.E.Q.U.L.E.T.I.S.E.T.A. in die verfassungstheoretische Diskussion eingebracht. Dans Chakpatie, La Constitution en ESTPAS, Louvrage du Pouvoir constituant, mais du Pouvoir constituant. Verfassungsgebende Gewalt als juristischer und politischer Grenzbegriff. Der Pouvoir constituant, die konstituierende oder verfassungsgebende Gewalt, ist der archimedische Punkt, welcher Politik und Recht miteinander verbindet, er ist die Spitze der juristischen Nomenpyramide. Die verfassungsgebende Gewalt zeigt einerseits den politischen, historischen Ursprung der Verfassung auf, begründet andererseits ihren normativen Geltungsanspruch, vermittelt so dann ihre legitimierende Rechtfertigung und bewirkt schließlich ihre begrenzte Geltungsdauer. Kann doch die verfassungsgebende Gewalt eine Verfassungsordnung in revolutionärer Diskontinuität umbrechen und beseitigen? Wie dies dem Institut der Verfassungsänderung auf dem Boden der Identität und Kontinuität der Verfassungsgeltung strikt untersagt ist. Anführungszeichen Nach dem demokratischen Legitimitätsprinzip der Volkssouveränität ist der Pouvoir constituant originär, elementar und rechtlich unabhängig. Die verfassungsgebende Gewalt ist eine vorverfassungsrechtliche Macht. Das Volk als unveräußerlicher Inhaber der Souveränität gibt und trägt die Verfassung aus, der die konstituierte, verfasste Staatsgewalt als Pouvoir constituant erst hervorgeht und ihre Legitimation erhält. Das Volk als Pouvoir constituant gibt sich eine Verfassung. Dadurch erst entsteht der Pouvoir constituant, die verfasste Staatsgewalt. Diese existiert außerhalb der Verfassung nicht und ist an sie unbedingt gebunden. Eine Befugnis zur Verfassungsänderung hat sie nur, soweit sie dazu vom Volk eine besondere Ermächtigung erhalten hat. Das Recht des Volkes zur Verfassungsgebung ist unbeschränkbar und unveräußerlich. Ein Volk kann sich selbst und künftige Generationen keiner Verfassung unterwerfen und auch nicht an Verfahrensvorschriften binden. Die fundamentale Bedeutung, welche der Lehre von der Verfassung gebenden Gewalt des Volkes zukommt, sieht man beispielhaft daran, dass dieser Schlüsselbegriff zur Erklärung der Geltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland verwendet wird. Die Autoren des Grundgesetzes berufen sich in der Präambel auf die verfassungsgebende Gewalt des deutschen Volkes. Sowohl in der Urfassung der Präambel von 1949 als auch in der Neufassung anlässlich der deutschen Wiedervereinigung von 1990 fungiert der Pouvoir. Konstituant des Volkes als Angelpunkt aller demokratischen Legitimation, Präambel. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt. Als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Anführungszeichen Die politische Brisanz der Lehre von der originären Verfassung gebenden Gewalt des Volkes, ihre Sprengkraft, liegt darin begründet, dass die Verfassung nicht nur durch das Volk geschaffen und getragen, sondern auch beseitigt werden kann. In revolutionären Umbruchssituationen wirkt die verfassunggebende Gewalt als Kampfbegriff, sie dient als Umsturzhebel. Als solcher ist sie in der großen französischen Revolution geschaffen worden und seither in allen großen Revolutionen 1848, 1917 und 1918, 1933 und wieder 1989 bemüht worden. Nach dem Prinzip der Volkssouveränität kann das Volk als originärer Träger des Pouvoir-Konstituent jederzeit eine verfassengebende Versammlung beauftragen, eine erste oder eine vollkommen neue Verfassung auszuarbeiten ohne dass hierfür eine besondere geschriebene Rechtsgrundlage besteht. Auch im Verfassungsstaat ist nach dieser Ansicht der Pouvoir-Konstituent vorrangig gegenüber den Pouvoirs-Konstitus den verfassten Staatsgewalten. Diese Unterscheidung erklärt, warum das Volk sich im Rahmen einer Revolution eine neue Verfassung geben kann, ohne dass es durch die rechtlichen Regelungen der alten Verfassung gebunden ist. Die vom Volke in Auftrag gegebene und von ihm angenommene neue Verfassung bildet dann die rechtliche Grundlage der so neu konstituierten Staatsgewalten. Unterscheidung zwischen Verfassungsneugebung und Verfassungsänderung In der französischen Verfassungsrechtsterminologie unterscheidet man zwischen der originären Verfassung gebenden Gewalt des Volkes, dem Pouvoir-Konstituent originär und der abgeleiteten verfassungsändernden Gewalt, dem Pouvoir-Konstituent der Reif. Auch wenn die originäre Verfassung gebende Gewalt des Volkes sich meist nur im revolutionären Umfeld oder in außergewöhnlichen historischen Augenblicken in Form von verfassungsgebenden Versammlungen manifestiert, so ist sie doch jederzeit virtuell im Staatsvolk bewahrt, im freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat befindet sie sich in latenter Schwebe. Der Rechtsphilosoph Hasso Hofmann beschreibt dieses latente Vorhandensein des originären Pouvoir-Konstituent des Volkes folgendermaßen. Die Verfassung kann als feste Ordnung nur fungieren, wenn sie die Revolution zum fernen Ursprungsmythos verklärt. Anführungszeichen Um zu häufige Verfassungsbeseitigung und Verfassungsneugebung zu vermeiden, steht es dem souveränen Volke frei, sich eine sogenannte flexible Verfassung zu geben. Flexible Verfassungen enthalten Artikel, welche die Bedingungen ihrer Partialrevision festlegen. Überträgt der volkssouveräne, originäre Pouvoir-Konstituent auf diese Weise die Erlaubnis zur Verfassungsänderung. So lässt er dadurch eine neue Gewalt entstehen, nämlich die abgeleitete, verfassungsändernde Gewalt, den Pouvoir-Konstituent der Reif. Diese instituierten Gewalt sind keine Totalrevisionen, aber Teilrevisionen der Verfassung erlaubt. Verschiedene Formen der verfassungsändernden Gewalt sind denkbar. Die Legislative kann ermächtigt werden, eine Verfassungsänderung durchzuführen. Dabei können die Bedingungen erschwert werden, beispielsweise kann für Verfassungsänderungen eine Zweidrittelmehrheit vorgeschrieben werden. Außerdem kann eine unabhängige Verfassungsgerichtsbarkeit geschaffen werden, welche im Rahmen einer Normenkontrolle Verfassungsänderungen überprüft und welche die Änderungen gegebenenfalls als verfassungswidriges Verfassungsrecht für unwirksam erklären kann. Ferner können besondere Verfassungsänderungsverbote festgeschrieben werden. Das souveräne Volk behält sich die letzte Entscheidung vor und schreibt den Änderungsweg ausschließlich über Volksbegehren und Volksentscheid vor. Es sind auch Mischformen aus 1 und 2 möglich, wie zum Beispiel in der Schweiz oder in Frankreich. In Deutschland sehen einige Landesverfassungen diese Mischform zur Änderung der Landesverfassung vor. Wie zum Beispiel die Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen. Punkt. Starre Verfassungen hingegen enthalten keinen Artikel, der eine Änderungsinitiative erlaubt oder stellen derart erschwerte Anforderungen an eine Änderung, dass sie prozedural nicht durchführbar ist. In diesen Fällen ist eine Verfassungsänderung durch die amtierenden Staatsorgane praktisch unmöglich. Es bleibt kein anderer Ausweg als in einem quasi revolutionären Akt zu beschließen, den Weg zur Ausarbeitung einer völlig neuen Verfassung freizugeben, das heißt, Der originäre pouvoir constituent muss zur Verfassungsbeseitigung und zur Verfassungsneugebung in Form einer Verfassung gebenden Versammlungen wieder in Erscheinung treten. Ein Beispiel für eine solche starre Verfassung ist die französische Verfassung von 1791. Im Titel 7, Artikel 8 heißt es, Keine der durch die Verfassung eingesetzten Gewalten hat das Recht, diese insgesamt oder teilweise zu verändern. Die Nationalversammlung erklärt, nachdem sie die Verlesung der vorliegenden Verfassung angehört und sie gebilligt hat, dass die Verfassung beschlossen ist und dass sie nichts daran ändern könne. Auch an des pouvoirs institus par la constitution in aller droite la changer dans son ensemble en idans SES Parties. La sablée nationale, ayant intendo la lecture de la CTE constitutionelle CIA des US et après avoir approuvé, déclarque la constitution est terminée, et qu'elle n'apporte y changée. Anführungszeichen. Da die Legislative die starre Verfassung de facto nicht ändern konnte, manifestierte sich der originäre pouvoirconstituent in Frankreich immer wieder erneut. Allein in der Zeit von 1789 bis 1875, also nur innerhalb von 86 Jahren, trat er 13 Mal in Erscheinung und gab Frankreich 13 jeweils völlig neue Verfassungen und instaurierte via Revolutionen und Staat streiche die unterschiedlichsten politischen Regime. So drehte sich das umstürzlerische Verfassungskarussel wie folgt. Constitution D 1791 Constitution DL an I, Constitution DL an 3 UDU Direct Eure, Constitution DL an 8 UDU Consulat des Enal, Constitution DL an I, SOUDU Consulat Afi, Constitution DL an 12 UDL Appiel, Constitution Senatoriale D 1814, Chart D 1814, Acti additionel aux Constitutions DL Appiel, Chart DL 1830, Constitution D 1848, Constitution D 1852, Constitution D 1870, Gebundenheit des pouvoirs constituent originär. Das Postulat der völligen Ungebundenheit der originären Verfassung gebenden Gewalt des Volkes bei einer Verfassungsgebung würde alles erlauben. Diese extreme rechtspositivistische Position wurde von Hans Kelsen einmal so formuliert, jeder beliebige Inhalt kann recht sein. Anführungszeichen. Wobei Kelsens Satz eher analytisch gemeint ist und keine Zustimmung sein soll zu jedwedem Inhalt. Anders wird dies gesehen von einer nicht-positivistischen Position, welche die Lehre aus den schmerzlichen Erfahrungen mit menschenverachtenden Regimen gezogen hat. Hartmut Maurer erläutert diese am Naturrecht orientierte Position wie folgt. Unabhängigkeit bedeutet freilich nicht Ungebundenheit. Denn auch die verfassungsgebende Gewalt ist an bestimmte Vorgaben gebunden, an allgemeine Gerechtigkeitsvorstellungen über positive Werte, ethische Gebote oder wenn man solche Bindungen nicht akzeptieren will, an historische Erfahrungen, die über Fehlentscheidungen und ihre Folgen belehren. Anführungszeichen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind zudem an völkerrechtlich verbindliche Abkommen gebunden, wie zum Beispiel Menschenrechtsabkommen, so dass bei einer hypothetischen zukünftigen bundesdeutschen oder unions-europäischen Verfassung gebenden Versammlung die unaufgebbaren Grundrechte keinesfalls zur Disposition stünden. Fußnoten Emanuel Josef Sie als Quest CEQ Letias Etat Veröffentlicht im Januar 1789 Chapter 5 Siehe auch Gerhard Robers Emanuel Josef Sie als die Idee einer Verfassungsgerichtsbarkeit in der Französischen Revolution in Festschrift für Wolfgang Zeidler, HRSG von Walter Fürst, Roman Herzog und Dieter C. Umbach-Bend 1d, Gräuter, 1987 ISBN 3-110-110571-S 247-264 Martin Heckel Die Legitimation des Grundgesetzes durch das deutsche Volk In Gesammelte Schriften Staat, Kirche, Recht, Geschichte, Bd. 3 Moor-Siebeck 1997 S. 28 Hauke Möller Die verfassungsgebende Gewalt des Volkes und die Schranken der Verfassungsrevision Eine Untersuchung zu Art 79 ABS 3GG und zur verfassungsgebenden Gewalt nach dem Grundgesetz Erste Auflage 2004 ISBN 3-898-258-483-S 31. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 zuletzt geändert durch den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31. August 1990 in Verbindung mit dem Einigungsgesetz vom 23. September 1990 So birgt denn der meta-juristische Begriff der verfassungsgebenden Gewalt eine gewisse Paradoxie in sich, die ihn, so Martin Heckel, für den Juristen so schwer verständlich macht. Die verfassungsgebende Gewalt ist aus Normen nicht ableitbar, aber enthält eine Normenentscheidung, die Normen schafft. Sie ist die Frucht eines historischen Augenblicks, die doch Konstanz über den Augenblick hinaus beansprucht. Sie will die Kontinuität der Normgeltung verbürgen. Obgleich ihr Anfang und ihr Ende durch die Diskontinuität der Verfassungsverhältnisse charakterisiert sind. Sie verlangt Unverbrüchlichkeit, obwohl sie aus dem Bruch des bisher geltenden Verfassungsrechts entstammt und auch die geltende Verfassungsordnung im Umbruch hinwegfegen kann. Sie äußert sich in der oft gewalttätig eruptiven Revolution des Volkes. Das aber dann Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt die verfassten Organe des Staates auf die strikte Durchsetzung der Verfassung gegen jeglichen Revolutionsversuch. Staatstreich und Verfassungsbruch verpflichtet, solange es die Verfassung trägt. Martin Heckel Die Legitimation des Grundgesetzes durch das deutsche Volk In Gesammelte Schriften Staat, Kirche, Recht, Geschichte, Bd. 3 Morsibeck 1997 S. 37. Kemal Gößler Le pouvoir de revision constitutionelle These pur le doctorat on droid Director des recherches Professor Dimitri Georges Lavrov Universite Montesquieu Bordeaux IV Faculté de droid The sciences social essay politics 1995 Diese abgeleitete, verfassungsändernde Gewalt wird im Französischen auch als Pouvoir de revision constitutionelle oder auf den ersten Blick verwirrend als Pouvoir Constituent constitutionelle Constituent constitue Als verfasste Verfassung gebende Gewalt bezeichnet denn auch Referenda Volksentscheide und Teiländerungen einer bestehenden Verfassung durch das Parlament sind ebenfalls Elemente der konstituierten Staatsgewalt. Da sie im Rahmen der Normen einer vorgegebenen Verfassungsordnung durchgeführt werden, in Kontinuität der bestehenden Verfassung. Der originäre Pouvoir constituent zeichnet sich durch den totalen Bruch durch Diskontinuität in Krisenzeiten aus. Hasso Hofmann Einführung in die Staats- und Rechtsphilosophie 2.1 3 05 4 6 08 0 Chapiter 2 p 34. Hans Kelsen Reine Rechtslehre 2. Aufl 1960 S 201 Hartmut Maurer Verfassungsänderung im Parteienstaat In Festschrift für Martin Heckel zum 70. Geburtstag HSGV Karl H. Kästner Knut W. Nörru Klaus Schleich Moor-Siebeck Tübingen 1999 ISBN 978-3161471582S828FN20